Der Kontakt des Hexers in Wien sollte Hendrik sein, ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinander geraten war. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 in der Next-Gen-Version. Ja, ehrlich gesagt, nachdem das jetzt so nochmal betont worden ist hier in diesem Vorspann, würde ich schon glatt behaupten, dass wir doch einmal die Quest nochmal tauschen sollten. Hexenjagd, finde die Hexe auf eigenem Faust oder befrage die Bewohner? Streit mit einer Hexe hatte und dass diese sich in der Nähe von Mittelheimen aufhielt. Ja gut, Hexe heißt jetzt nicht unbedingt was Negatives, ne? Also das ist ja jetzt nicht, äh, hoffe ich zumindest, dass das jetzt nicht, dass ich die nicht töten muss oder so. Baron klingt vielleicht ein bisschen einfacher, allerdings ist es auch Stufe 3, deswegen weiß ich halt nicht. Also ich würde sagen, aufgrund der Geschichte, die gerade nochmal vorgelesen worden ist, dass wir doch erstmal hiermit weitermachen, weil das ist ja halt auch mit der Hauptstory verbunden. Ich bin jetzt gerade um überlegen, Weltkarte, ich finde das so doof, dass man nicht einfach direkt in die Weltkarte rein kann. Momentaner Aufenthaltsort, Hexenjagd. Okay, da kann ich nicht hinreisen momentan. Liegt links von mir, na gut. Ähm, Plötze? Können wir das auch nehmen hier? Ne, können wir nicht. Hier ist auch nix, was ich jetzt noch so... Ach, da oben bist du! Sehr schön. Ähm, ich glaube... Ne, in die Richtung müssen wir. Habe hier auch nichts übersehen, hoffe ich doch mal hier, ne? Okay, dann reiten wir mal dahin. Ähm, ich würde sagen, wenn jetzt nichts Großes passiert unterwegs, dass ich das einfach rausschneiden werde, warum auch immer der jetzt hier links rum reitet, dass ich das einfach rausschneiden werde und das wollen wir uns dann gleich am Zielort wiedersehen. Bis gleich. Ziel auf seine Augen! Freifler! Hundeblut! Alle auspeitschen! Beine vom Arsch reißen! So, wir sind an Zielort angekommen und ja, es hat sich tatsächlich was ergeben unterwegs. Und zwar, äh, habe ich, ich glaube, zwei oder dreimal Banditen gekreuzt und, ja. Es war nicht so angenehm gerade, aber ich bin einfach mal durchgeritten. So, die Frage ist jetzt... Finde die Hexe auf eigene Faust oder befrage die Dorfbewohner? Ja, pfff, die Frage ist, wie befrage ich die? Hinter mir könnte ich eventuell... Nenni, da ist aber, glaube ich, nur... Reden die denn überhaupt mit mir? Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Okay. Was gibt es Neues in der beiden Welt? Früher kamen am Marktag Wagen mit köstlichem Fettbeladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würsten. Jetzt bringen sie Eichelmehl und Wüschel... Die Götter mögen dich sägen. Hm. Also ich vermute mal eher nicht, dass wenn ich hier so wahllos in der Gegend rumlaufe... Hallöchen, liebe Bäuerin. Deine Augen sehen krank aus. Du kannst mich mal... Äh... Hexenjagd, Moment. Ich wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Da kommt jemand. Du hast einen Beruf. Ich habe euch über eine Hexe reden hören. Ich würde gerne... Du hast dich verhört. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Hm. Ich finde die... Halte Distanz zu den schwarzen Damen, damit sie dich nicht bemerken. Okay. Kommst du mit zum Wurzeln sein? Also, pst. Mögen dich die Teufel holen. Erzähl mir später alles. Meister Hexer. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Lügen bei Mittelheim. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Befrage die Bewohner Mittelheims nach ihr. Okay. Das wäre... Ja, das ist doch hier. Müssen wir jetzt hinter denen nochmal herlaufen, oder? Oder hauen die jetzt ab? Weil das stand ja eigentlich, finde ich... Die reden nicht mehr miteinander jetzt, ne? Die reden jetzt nochmal miteinander? Hm. Ich kann sie ja schlecht auf eigene Faust finden. Also ich würde sagen, ich halte mal meine Augen und Ohren ein bisschen offen hier. Die scheinen ja viel und gerne zu reden. Das ist die Bäuerin von vorhin. Übrigens, ich habe mal versucht, einen Fotomodus zu machen. Wenn ich beide Sticks reindrücke, funktioniert gar nichts. Wenn ich F drücke, das habe ich jetzt extra schon eingestellt als Fotomodus, funktioniert das auch nicht. Das heißt, wenn einer von euch weiß, wie man da den Trick begehen kann, in den Fotomodus reinzukommen, vielleicht auch über eine umständliche Art und Weise, über das Menü oder so, dann bitte, bitte schreibt mir das doch in die Kommentare. Das wird mir sehr helfen, weil ich hätte hier so viele schöne Bilder schon machen können. die ich dann auch auf Twitter und so weiter hätte nutzen können. Und ja, es nervt einfach, dass es das erste Spiel ist, wo es nicht funktioniert. Deswegen... Guten Tag. Okay. Mach ich. Was ist mit dir? Hast du. Und woher dann? Ursprünglich. Aus Riva. Riva. Meine Güte. Weiter Weg. Hier soll irgendwo eine Hexe leben. Kennst du sie? Ja. Von weit weg ist sie, so wie du. Aber sie hört zu. Verständnisvoll, hilfsbereit. Nicht wie die alte Hexe. Die war taub wie eine Nuss und gemein noch dazu. Weißt du, wo ich sie finde? Geh zum Teich. Da gab's früher mal wilde Schwäne. Da fängt ein Pfad an. Folge ihm bis zu einem Felsen. Den hat ein Teufel da liegen lassen, dem ein Bauer weiß gemacht hat, es wäre ein Riesenei. Dann nach rechts in den Wald. Du kommst an einem verlassenen Wagen vorbei. Such dort nach der Hütte. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Hm, hast du dir das gemerkt? Ich nicht. Teich, Felsen und dann nach rechts. Finde den Teich beim Dorf. Okay. Ich würde sagen, da das nicht so weit weg ist, dass wir da jetzt mal eben kurz hinlaufen. Weil bis ich plötzlich hier wieder gewendet habe und alles, das dauert ein bisschen. Hier ist der Teich. Da ist irgendwo ein Felsen. Teich, Felsen, Felsen sehe ich hier. Doch, da hinten. Das war aber jetzt nicht mehr direkt am Teich, ne? Bei dem nach rechts. Da ist der Felsbocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Ey, jetzt habe ich mir das einmal gemerkt. Komm mal her, Plötze. Komm, komm. Mein Kleiner. Komm her. Komm her. Wir müssen zur Hexe. Jetzt habe ich mir das einmal gemerkt. Und dann wiederholt der das hier auch noch alles. Wobei ich dazu sagen muss, das ist natürlich klasse, dass er das wiederholt. Das sah ja jetzt geil animiert aus. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt dir aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmacht? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst misstest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Hm. Seltsame Hexe. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und drachsüchtig. Ja. Die kommt mir auch nicht besonders nett vor. Also nicht wie eine typische Hexe. Okay. Es sieht hier aber sehr blumig aus beziehungsweise sehr kräuterartig. Wo ist sie denn? Sind sie nicht eben hierhin gelaufen? Wo ist sie denn hin? Das würde ich gerne wissen. Ah. Okay. Ich weiß es. Die ist ja nicht hier, oder? Lalalala. Nein, ich klau hier nichts. Ich leih mir nur was aus. Was? Stand da irgendwas mit Zwergen? Okay. Moment. Ah, ne. Das war nur, dass ich das anmachen konnte. Ich habe eine Skriptseite. Okay. Neues alchemistisches Rezept. Das ist gut. Da habe ich gerade irgendwas Weißes. Nö. Hm. Komisch. Okay. Kann ich das nochmal zumachen? Das ist vielleicht sehr offensichtlich, wenn ich jetzt hier, äh, das Ding so offen da lasse. Brief an Alexander. Wenn Serat dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder Zweien. Oder mehr. Deine K. Ah. Okay. Oh. Ah. Moment, was haben wir denn da? Solchen Tant sieht man in Wehlen selten. Mhm. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. So, so. Aber scheint eine echte Hexe zu sein. Gucken wir da durch. Ja. Schneehase. Okay. So, so. Neid hier. Hm. Die ist bestimmt hier, um Kräuter zu sammeln. Guck mal, da hinten ist das Portal. Ich mein, wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß ja nicht, wofür man das noch alles gebrauchen kann. Da oben ist die anscheinend. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Die kennt mich. Oder kenn ich sie? Ich bin mir nicht sicher. Moment. Ha. Stirb, Schneehase. Oh, die kann ich anscheinend nicht umbringen, oder? Okay. Hallo? Dann halt nicht. Ne, ich wollte eigentlich nicht wechseln. Aber ist okay. Ja, wahrscheinlich sind die hier irgendwie unter ihrem Schutz oder so. Nehme ich mal an. Hallo? Dürfen wir auch weiter hochgehen? Sei gegrüßt, Hexer. Ähm. Ich glaub, wir stören sie gerade. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Daffen da. Nein. Zum Reden. Red dich um und warte. Hallo? Der hat doch eh schon alles gesehen. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern. Jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Volltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Mhm. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja, warum? Äh, was machst du denn wählen? Hast du einen anderen Zauberen? Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ja, nach dir nicht. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nachdem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Wehlen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Hm. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Einigen Tutzend Eiern. Ähm. Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, dass du mir sofort geben kannst. Also durch die Eier. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Ja, hab ich auch schon gesagt. Der, der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Scoia-Tel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für Sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich. Hallo, Karnickel. Dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Aber das Karnickel war schnell fertig. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Ja, finden wir es raus. Da ist auch irgendwas rot angezeigt hier. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Was ist das? Ähm, was haben wir denn da? Achso, okay. Lauf, ich würde gerne die Sachen einsammeln. Hier oben war da auch noch was. So, damit wir nicht ganz im Dunkeln sitzen. Hier, habe ich dir gezeigt, dass ich das auch kann, wa? Ähm. Hm? Herausgerissen Seite. Was haben wir jetzt noch alles aufgenommen? Ich habe es gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Moment, jetzt müssen wir mal eben gucken bei der Rüstung. Zerschmettern, Resistenz, Aufschlitzen, Resistenz, Verbrennen. Zerschmettern, Aufschlitzen, Verbrennen. 2 Prozent. Und die, die wir anhaben, äh, ist das gleiche, aber auf Stufe 3. Dann würde ich sagen, dass wir die mal umziehen. So, was ist das denn hier schon wieder? Achso, die ist ab Stufe 11 erst gewesen. Das ist was ganz grauenhaftes. Und das, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Moment, das sind jetzt andere Hosen, die brauchen wir auch nicht. Schuhe, eigentlich wollte ich die doch die ganze Zeit schon mal verkaufen, die Sachen. Oh, Moment, hier haben wir Runen, sehe ich gerade. Zeichenintensität, wo kann man das denn reinmachen? Garantiert wurde mir das mal irgendwo erklärt und ich war total genervt, weil mir zu viel auf einmal erklärt wurde und ich habe es dann weggemacht, nehme ich mal an. Ähm, Zeichenintensität nochmal 2 Prozent, Adrenalin gewinnen. Brauchst du einen Gegenstand mit passender Fassung? Ja gut, okay. Können wir nicht machen. Ähm, dann gehen wir hier erstmal raus. Wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir, genau. Weiß die nicht, was navigieren ist? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Da sind Ertrunkene. Jetzt teleportier mich, hurra, komm. Ich sollte ihr doch eigentlich folgen, hat sie gesagt. Hä? Um Kera zu finden. Ja, das Problem ist nur, da hat jemand was dagegen. Wieso laufen die von mir weg? Das verstehe ich nicht. Hallo, ich hab dich jetzt gerade geschlagen. Huh, was hab ich jetzt gemacht? Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich bin aus Versehen irgendwie da drauf gekommen. Keine Ahnung. Ähm. Vor allem, ich sehe hier überhaupt nichts. Das ist total doof. Ich nehme mal an, dass die... Da ist es. Äh, dass die unter Wasser atmen können, oder? Muss ich überhaupt hier hin, oder muss ich... Oh, Leute. Kann ich hier nicht Luft holen? So. Oh, ich wollte gerade schon sagen. Hallo? Okay. Ähm. Ich hab zwar meine Sinne gerade benutzt, aber ich sehe nichts. Wie ist das mit der Weltkarte? Die zeigt mir auch nichts an. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt rechts oder links rum gehen soll. Ich gehe ja grundsätzlich mal links rum. Da ist erstmal was zum Feuer anzünden. Was ich nicht machen kann. Okay. Da sind wieder Ertrunkener. Kommen die hier hoch? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich, wenn ich rechts gehe, vielleicht irgendwo hin, wo ich dann... Moment, setze denn da... Ach, wir müssen aber da hinten hoch. Das Problem ist, dass ich im Wasser nicht kämpfen kann. Nehme ich an. Kommt der hier rum? Ich kann hier nichts sehen. Das ist das Problem. Guck, guck. Hier bin ich. Habt ihr mich jetzt gefunden? Ja? Nein. Okay. Kann ich hier rüber? Ich hoffe mal. So. Na, mein alter Freund? Oh ja, schlag bloß nicht zu. Komm, weich aus. War sonst keiner mehr, ne? Das Problem ist, ich sehe hier wirklich null gerade. Das ist so dunkel. Das ist noch einer. Das Problem ist auch, was ist hier mit dem Schwefel? Oh, da ist irgendwas Böses. Rotes, glaube ich, noch. Das hört sich nicht gut an. Kommst du rüber? Na? Ich weiß nämlich noch nicht, ob ich überhaupt durch den Schwefel durch kann. Die hat nichts gehabt. Jetzt ist das Rote hier weg. Äh? Ne, jetzt ist es immer noch da. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt hier gerade machen soll. Ob ich jetzt da durch soll? Gaswolken und Sumpfgebieten sind giftig. Okay, ich soll anscheinend nicht da durch. Okay. Das sieht dann aber so aus, als ob ich irgendwo hier durch muss. Und da gefällt mir das gerade gar nicht, weil da ist was Rotes. Huh? Was bist du denn? Ein Wasserweib. Okay. Level 7. Möchte ich denn jetzt nicht unbedingt hin? Wow, was macht der denn? Hallo? Lieg, Sarah. Hau ab. Gerald muss erst mal was essen. Gerald ist halt tot. Echt jetzt? Soll ich den machen? Sind doch schon alle weg. Naja, fast. Ach, ich hab hier ne Fackel. Stimmt ja. Ist doch egal. Ich mach sie eh alle platt. Kann ich mit dir reden? Ja, was? Wie, wo? Widerlich. Wo kommen die denn raus? Lilas, geh auf. Lilas. Boah, jetzt mal schon. Lilas. Widerlich. Du hast nicht die richtige Bombe. Ja, toll. Was soll ich denn für ne Bombe haben? Das ist euer Ernst? Ja, wieder nicht. Mach sie weg. Ja, ist ja gut. Gut, ich will aber eigentlich... Ach, die kann man mit Feuer... Ich denke, ich hab nicht die richtige Bombe. Was denn nun? Sie ist rot. Mach sie weg. Danke. Lilas, geh auf. Uh. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön. Ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleport-Magie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magie dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben? Das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Äh. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfen-Magier zu finden. Nicht, um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Ich wusste ja gar nicht, dass er so einen Blick drauf hat. Also ehrlich. Ja, lauf. Komm. Oh. Was bist du denn? Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe. Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Hm. Der war doch gerade noch da. Komm, keine Müdigkeit vorschützen. Äh, vortäuschen. Wir nehmen alles mit, was ich... Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh. Wie lange das her sein mag. Was zur Hölle ist das? Weil wir sind gerade mal Level 3 oder so. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wiesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Was war das? Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Komm, weiter. Kann man da nichts mitmachen? Ich laufe hier mit meiner Fackel in der Gegend rum. Wo ist denn der andere? Hinten? Jetzt haben wir wieder zwei. Folge dem Schwalben-Symbol. Halt die L gedrückt und während des Kampfes sprinten? Kommt die denn jetzt auf einmal her? Die war doch schon tot. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich meine, wir können ja nicht hier stehen bleiben. Irgendwie scheinbar kommen die hier immer wieder. Das ist ja voll nervig. Waren da rum im Dunkeln. Also, was ich überhaupt erstmal machen muss. Ich muss hier mal gucken. Die Fackel. Ich möchte da gerne die Armbrust erstmal auswählen. Darf ich aber nicht. Okay. Keine Ahnung, warum der dann immer die Dings nimmt. Ich würde gerne meditieren, aber ich muss erstmal was essen. Moment. Boah, da kriegt man ja gar nichts mit hier. Was? Ich dachte, du hättest nun nun nun? Ja, nun weiß ich nicht. Ich komme hier nicht durch. Ist ja alles total versifft. Da sollen wir ja aufpassen. Das ist es ja. Was will die Alte von mir? Ich bin nicht an... Achso, doch. Jetzt sind da Nebelsparen. Okay. Ich glaube, Roßfleisch ist aber nicht so gut. Oh, je. Das geht ja gar nicht hoch hier. Das ist nicht gut. Oh, links von mir ist noch irgendwas. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das Problem ist, ich weiß nicht, wohin wir genau müssen. Ich sehe hier überall quasi nur Nebelschwaden. Ne, folge den Schwalben-Symbol. Äh, da hätten wir wieder rein... Hä? Ich habe hier gar keine Schwalben. Was ist denn für ein Schwalben-Symbol? Das da? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Hm. Aber Roller. Ich hoffe, hier können jetzt keiner ertrunkenen oder irgendwas. Hallo? Taure ich auch nochmal auf? Boah! Jetzt muss ich aber trotzdem wieder zurück. Mir ist das hier ehrlich gesagt alles zu dunkel. Ich kann ja... Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss und nix. Je eher wir verschwinden können, desto besser. Ja, das ist ja toll. Wenn du mir jetzt noch sagst, wo diese Schwalben-Symbole sind und worauf ich hier achten muss. Oh, Mädel. Oh. Da hinten geht es noch weiter. Da kommen wir aber nicht so wirklich... Ja, oh. Ja, ich gucke lieber. Also die Roten, das scheinen Schwalben-Symbole zu sein. Das war, glaube ich, mein Gestöne gerade. Ach so, ja. Jetzt erkenne ich es auch, dass das ein Vogel ist. Okay. Ist sie noch da? Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Zirai. Zirai? Meint er das Seeungeheuer? Nein. Ziri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Hm, guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Offenbar ja. Vella Glan! Äh. Schön, was hat die jetzt gemacht? Ist das die Stute da unten? Ich frage mich, was da da steht. Wir sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Ja. Und nun? Ähm. Wir können da ja auch nicht drunter schwimmen. Oder? Hm. Ich guck mal eben. Das Problem ist, ich sehe hier absolut nichts. Da geht's durch. Und ich? Kälbje. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm bitte her. Okay. Ja, geh durch. Komm. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Oh je, oh je, oh je. Da die Aufnahme insgesamt allerdings sehr lange geworden ist, werde ich hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und den Rest mit der Action sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.